Gospel in Guntramsdorf. Alle Jahre wieder eine Sensation. Stella Jones und ihr Chor sind zu Gast. Sie entzünden ein musikalisches Feuerwerk mit emotionalem und fröhlichem Gesang. In der Kirche St. Jakobus begeistert Stella Jones mit ihrem Gospelkonzert alle. Es wird aufgestanden, mitgesungen und geklatscht. Gospel vom Feinsten. Gospelmusik. Für die einen ist es ein afroamerikanischer Sound, für die anderen eine Botschaft Christi. Für alle ist es ein mitreißender, stimmungsvoller Gesang. Gospel bedeutet für mich die Zusammenkunft von Menschen aus verschiedensten Bereichen, die entweder mit Musik was zu tun haben oder auch nicht. Menschen, die gerne zur Adventszeit das Licht feiern wollen. Jesus Christus ist das Kind des Lichtes und Gospel bedeutet einfach für mich das Feiern dieses festlichen Anlasses. Im Gospel gibt es sehr schöne Balladen, die sehr, sehr leise sind. Aber natürlich, wenn man sich freut, das kann man leise auch tun, aber natürlich findet es eher statt, wenn man laut Halleluja ruft oder wenn man natürlich sich freut. Die 60 Mitglieder des Veranstaltungsteams haben 20.000 Euro an Spenden gesammelt, Geld des Bedürftigen zukommt. Die Besucher öffneten ihre Herzen und ihre Brieftaschen. So finde ich es sehr positiv, dass sich hier junge Menschen in einem Team zusammenfinden, alljährlich ein Gospelkonzert organisieren, das weit über unsere Gemeindegrenzen hinweg bekannt ist und hier den karitativen Zwecken auch zugute kommt. When Jesus is my portion Stella Jones und ihr Chor verstehen es, echtes Gospelfeeling zu vermitteln, stimmungsvoll, heiter, aber auch besinnlich. Eine Adventbotschaft von Guntramsdorf an alle. Ich als Stella Jones wünsche allen Zuschauern von N1 ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr und Lebensfreude pur.